hallo und herzlich willkommen zurück bei seven days to die ich habe dann noch ein paar bücher mutter ist jetzt auch sex weiter geht es um weiter geht es um einmal kurz das licht ab dass mir auch danke das ist alles klar weiter weiter wir auch noch wichtig 12 und 15 gut craft heavy and light armor up to level ok das ist kohle das ist mit so nah mit hart und erzeln 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 oja Ruhe! Dann nehmen wir doch einfach die hier. Dann nehmen wir die Okay. Na gut. So, dann hätten wir hier Platz. Und hier haben wir Cola. Cola. Ja. Ähm. sehr gut eine leiter wobei eigentlich da noch gar nicht nun zuerst brauchen wir ja also leiter weg sonst brauchen wir die stäbe ja 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 Ein Bär? Da kommt noch ein Bär. Da kommen sogar noch zwei von Bär. Da kommt noch zwei von Bär. Ich bin da gerade noch rechtzeitig rausgesprungen. So, das hier mal Lernen. Wo ist die Drohne jetzt? Wo ist die Drohne? Oh. Ah. Power up complete. Ähm, Trönchen. Alter Klapper. Gut, aber da hat er jetzt gerade da. Und dann sollte ich jetzt hier Ruhe haben, oder? Oh. 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 Go' Oh. Oh. okay das kann man auch was tun fast nein nicht die drohner danke so im nachhinein war ich froh dass ich noch nicht weiter unten war gut so ich stehe bei am fes und 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 dass über 30.000 Nitrat könnten dementsprechend viel Kohle verbrauchen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 100 100m 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 30m Untertitelung des ZDF, 2020 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 naja, oder es geht da drum noch weiter, ist auch möglich so ja, was ja, was ja ja 3 Minuten geht das Candy noch. 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 macht das weg macht das wie viel haben wir 47.000 sehr gut das gibt wieder genug schießkulver um Hm? Hm? Eine Minute noch ca. So. Na bitte, da sieht man schon, wie viel besser der Erdball ist. Da habe ich jetzt im Prinzip, habe ich den kein einziges Mal reparieren müssen in dem Candy-Zeitraum. Den anderen musste ich irgendwie bei jedem Aufladen reparieren. Na komm, die eine Ebene machen wir noch. So. 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 Okay. Ich komme. Henn. Da wird es raus. Da-dum-da-dum. So. ok ich habe keinen Blitz von einem Licht, ok brav words nach hause also auch noch kohle dass man das mal so stehen mir danke So Einmal drüber Oh Könntest du weg von dem Sack? Yendanker Hmm So Was haben wir da? Dankeschön Dankeschön Und Dankeschön Einmal da rein In der Kiste kommt das hier rein Scrub Okay Zum Einschmelzen kommt das hier Das hier Das hier Zum Muni kommt das hier Alchemie das hier Aufwerten Einschmelzen Dann natürlich auch noch zum Händler Und das gehört zum Einschmelzen Hinter Kleidung Das ist eine Waffe Sehr gut Na 10.000 Schuss haben wir Sehr gut Das reicht doch mal Dann gibst du mir bitte das Nitrat Und wir machen jetzt Schießpulver Um 25% Das ist eine Waffe Und wir machen jetzt Das ist eine Waffe Nur ein Waffe Und wir machen Schöne Natürlich Das ist Daher Beziehungsweise So Kann es ja Auto Ich würde sagen Das legen wir einfach mal ins Auto Oh Ich habe mal ein ganzes Benzin ausgekramt Sehe ich grad Oder habe ich das alles verbraucht jetzt Ach ne Ich habe ihn noch 14.000 Okay Irgendwie ich das grad nicht gesehen habe So Da sind die Steine voll Na komm Na komm Und dann könnte man hier mal Großkochen machen So komm her Ich muss mal ein bisschen was von dem billigen Einfach damit es weg ist Einfach damit es weg ist Was da mit der Herstellung 15% Passt So Gut Jetzt würde ich gerne questen Haben wir noch eine Quest Nein Gut Wo machen wir eine Quest Ich würde sagen wir schauen bei der Wüste Bei dem Händler mal Aber nicht 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 was Nettes für uns hat So So Da waren wir schon drinnen Das wollen wir nicht So Wie geht es sich denn Wir sehen uns so Wir sehen uns Ach so, hatte der eine Händler. Ja, ja, ja. Können wir uns noch anschauen. Das ist immer wieder in die falsche Richtung. So, da sind wir gleich da. Hi, Händler. Mach halt die Klappe. Schmerzmittel hat das Sechser. Das haben wir eigentlich noch, aber nehmen wir mal. So, Händler, Bank, Lauchband ist egal. Das ist zwar eine ganze Menge, aber... Okay, ich glaube, den habe ich noch nicht. Das weiß ich nicht. Medic, nehmen wir. Eine 14 Erkenntnisäge brauchen wir, glaube ich, nicht. Ja, gut. So, und dann erzähl mal, was du für Aufgaben hast. Abholen. Neh mal. Machen wir doch. Ich muss den Baum jetzt endlich mal fällen. So, ich will leider irgendwie öfters durchfahren. Echt ein unberühltes Auto hier. Das muss nur durchgerutscht sein. Oh, doch, doch. Okay. Mhm. Mhm. Auch leer, gut. Ich glaube, das kann ich noch nicht. So, euch sage ich dann einmal Tschüss, Papa, bis zum nächsten Mal. Dann machen wir hier die Quest. Also, bis dann, Tschüss.